Norddeutscher Rundfunk 2021 3. 2. 2. 3. 5. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 11. Jan-Henrik Tätjen sitzt im Moment auf 4, Weingreimacher auf 5, Wir starten jetzt der erste Angriff von Tim Wohling, und das nutzt ihn jetzt Jan-Henrik Tätjen, der hat die Situation am besten genutzt, mit der Stimme vorbei gerauscht, in Führung immer noch, Jan-Henrik Tätjen, Furtwim Wohling, Balderkursch, der 620, das ist 7, der 809, der Schießchen, der Felix Flüßmann durchs Feld, Jan-Henrik Tätjen kann ja im Moment ziemlich gelassen seine Runden ziehen, und der kleine Vorsprung von Tim Wohling, Felix Flüßmann hat jetzt auch fest, das ist vorgeschaut, Vorderkursch auf 4, und der Jan-Henrik Tätjen hat gewonnen, Furtwim Wohling, Felix Flüßmann, für den Tim Wohling, Balderkursch auf 4, Führung 26, das ist der, den Rufdeutscher. Untertitelung des ZDF 501 bicicletär